Hallo, ich bin Andrea Kulkaru und ich bin hier mit Sarah, bzw. mit Alexandra. Sie versteht sich. Bis wir ihn gefunden haben, mache ich Stopp. Hey, ich habe was von Alexandra gehört. Sie hat etwas gesagt, aber ich weiß immer noch nicht, wo sie ist. Da, ich habe sie gefunden. Aber ich komme mal ganz gefahren. Sag Hallo. Hallo, hallo. Zu einem neuen Video. Au, gut, jetzt ist Stopp am Schauen. Ja, ich zähle jetzt. Okay, ich zähle. Zehn! Vielleicht sind sie hier irgendwo. Hey, wo seid ihr? Och, ich kann sie nicht finden. Schon wieder etwas gehört. Die machen immer Piep und Co. Ich werde sie finden. Hey, ich habe sie gefunden. Schon wieder. Gut, du musst noch Sarah finden. Wir müssen nur noch Sarah finden. Ich filme dich. Wie du Sarah suchst. Komm mal her, ich filme dich. Wie du Sarah filmen. Sarah, ich habe dich gefunden. Ich habe dich gefunden. Gut, jetzt muss ich zählen. Ach, ich will wieder die Kamera haben. Ja, okay, aber du musst sie nicht verstecken. Okay. Ich muss noch rennen und da kommt ein Zug. Das ist eine B40 nach Frankfurt, der schon eine Minute Verspätung hat oder so. Stopp, dann fang mich. Ich fang mich doch. Oh. Hey, da bist du ja. Alexandra versteckte sich, weil ich hinter ihr laufe. Und sie will, dass sie mich fängt. Ich fang mich. Immer noch dich gefunden. Und das war's. Tschüss. Tschüss.